Schau mal, dann gehen wir hier links rum. Ah, müssen wir gar nicht durch die Tür? Wahrscheinlich nicht. Also hier sind wir reingekommen, oder? Ich glaube schon. Hier hast du mich geholt. Ja, okay. Aber wo warst du denn gerade? Ja, gute Frage. Also hier gelingt. Also zweimal links, oder? Da, okay. Ja, genau. Ja, hier sind wir richtig. Lass du mal einen Taschenabweg wieder weg. Und jetzt machen wir das. Oh, wow. Ich glaube, ich habe eine Idee. Turn your back against mine. Oh, wow. Are you kidding me? Just remember to push against my back. It's never gonna work. Relax. It's too high, man. I used to do this as a kid all the time. You're nuts. Das finde ich ja interessant. Easy now. It'll be much quicker. Oh. Okay, okay. So müssen ungefähr immer gleich sein, ne? Aber wenn wir es abwechselnd machen, vielleicht. Genau, jetzt gehst du. Jetzt geh ich. Das klappt schon. Ups. Hab ich's verkackt. Easy. All right, all right. Ja, das ist nicht so einfach. Ups. Du kannst einfach nicht abwarten. Schon wieder nicht. Okay. Okay. Wow, 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 slow down. Frage ist ja, wie weit ist das noch? Okay. Wenn wir jetzt runterfallen, dann haben wir auch ein Problem. Ei, ei, ei. Hey, mach es schnell, Mann. Okay, all right, all right. Das war doch ganz einfach. Ja. Das hat man von unten aber sehen können, oder? Ja, ich denke schon. Schraubenschüsse. Ich denke, schraubige. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da wollen wir uns mal umkucken, ne? So, ich kann einfach drüber laufen, okay? Wir müssen ja auch ein bisschen arbeiten, ne? Das nützt nix. So, schnelles Loch reingemacht. Wundervoll. Ich denke mal, wir müssen uns dem einen da klauen. Das heißt, einer muss ihn ablenken. Das ist das, was ich nennen. Nicht schlecht. Ich denke mal, du bist fertig, ne? Du weißt ja, nach Fest kommt wieder lose. Okay. So, dann lenke ich mal ab. Ja, hier liegt nämlich ein Schraubenschüssel. Die würde ich mir gern klauen. Okay. Hey. Hey. What do you want? What do I want? Yeah. What do you want? Go. I want you to turn down that attitude. What attitude? I don't have an attitude. See? There you go get. Come on man, I'm just trying to do my job here. Also, ich komme ja nicht raus mit dem Werkzeug, ne? Jetzt schlägst du den Wächtern da mit dem Schädel ein. Nicht? Nee, ich kann das Ding nicht benutzen, das ist das Problem. Äh. Kann ich dir das nicht durch die Gitterstäbe geben hier? Achso, wenn ich hier einfach durchlaufe, ne? Das konnte ich ja. Genau, weil du den... Das ist ja, glaube ich, hier so im Anetfeld gedöhnt. Genau. Das heißt, du hast den Traumschüssel, du kannst ja nicht durch. Nee, ich probiere das lieber nicht aus. Okay, wo bist du denn jetzt? Ich bin hier auf Sieg und unterwegs. Ah. Achso, jetzt kannst du auch da durch. Ja, ich hab nix. Tschüss. So einfach. So runter, ja. 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 Ich... Ich... Wollte ja eigentlich nur zur Zelle, ich hab nur keine Ahnung wo die sind. Oh. That's gonna be a problem. Mist. Block B. Was machen wir da jetzt? Hm, hm, hm. Ach hier. Du musst dich einfach nur untersuchen lassen. Okay. Alles klar. Das ist ja auch wieder schlau gemacht vom Gefängnis, ne? Mhm. Was sind da denn? Fähig. Ja, dann. Alright. Ja, hallo. Ich hätte gern einmal Pommes mit, äh, Mayo. Hm. Und ne Coca Cola. Ja, und ne Coca Cola. Ja, und ne Coca Cola. Hier. So, dann kann ich da jetzt auch mal mich untersuchen lassen. So, was kommt jetzt? Hey, Guard! Oh. Guards. There's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. You're right. It's over here. What's going on? Someone's about to get hit. You need to check it out now. Let's go. Alright, step aside. Let's go. ich wollte mit aber hallo wir haben euch doch müssen wir können hoch jetzt hast du das ding auch noch nicht gut richtigen wir ablenken ja bestimmt ganz geht daran wir haben schon gleich rüber ha ha ach wir gucken auch bei mir ach so schon wieder die machen das überhaupt gerne gut ich liebe dich ich liebe dich auch Linda, ich habe ein Plan, um rauszukommen. Gut. Was kann ich tun? Keine Angst. Ich habe jemanden, um mich zu helfen. Wer ist das? Er Name ist Vincent. Sieht gut. Du bist sicher? Ich meine, wir beide denken, wir können Harvey vertrauen. Dieser Mann möchte ihn nicht mehr als ich. Was? Warum? Ich weiß noch nicht, aber ich weiß. Okay. Also, wie ist Alex? Nun, es ist sechs Monate. Er erinnert seinen Vater. Shit. Ich erinnert ihn, Linda. Wie ist er? Nein, nein, hör mal. Es ist gut. Er denkt, du bist in Italien, um dein Vater zu helfen. Gut, gut. Any Probleme von Harvey? Keine Angst. Er wird uns finden. Und du sicher? Ja. Ich habe einen neuen Ort. Wir müssen sicher sein für heute. Sonnein. Baby, Baby, hör mal. Wir müssen das durchführen. Wir müssen nur bleiben. Hey, warum bist du noch nicht? Niemand kommt für dich. Vielleicht hat sie nur einen Bus. Ich erwarte noch mehr. Nein, mehr Besucher kommen heute Morgen. Willst du eine Telefonkarte? Oder willst du dir zurück? Ich möchte eine Telefonkarte machen, Herr. Wir gehen. Ja? Ja? Carol, warum bist du hier nicht? Weil ich bin bei Hause, erwarten unsere Baby. Bitte. Wir haben darüber gesprochen. Nein, du haben darüber gesprochen. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Du bist in prison. Ich werde bald raus. Ich werde bald raus. Ich werde bald raus. Ich werde dich hören, Vincent. Das ist nicht so, wie du bist. Ist das so, wie du willst, dein Kind der Zukunft zu erinnern? Nein. Aber ich muss mich auf die Situation des Harvey. Carol. Du kennst, dass er gebeten Gary hat. Er war meine Familie. Mein eigener Bruder. Ich weiß, dass du ihn möchtest. Aber du kannst ihn nicht zurückbringen. Du wirst dich nur gebeten. Bitte. Du kennst, dass ich das machen muss. Ich kann nicht glauben, Vincent. Hallo? 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 Du hörst über den Winter? Da kommt eine Sturm. Ich habe das gemacht. Das ist unser Zimmer. Wir sind heute Abend. Ich bin bereit. Wieder mal Zeit. Hm. Bis wir den ganzen Weg nochmal gehen? Oder nur den Teil mit dem Schraubenschlüssel. Das machst du aber schön. Ich kann nicht glauben, dass ich aus diesem Schraubchen rauskomme. Es ist nicht vorbei, bis die Schraubchen singt. Oh, sie wird singt, glaub ich. Ich hoffe so. Deswegen wo hoch, oder? Wahrscheinlich hier, oder? Oder? Mhm. Da oben hin. Aufschrauben, oder? Ein Schraublüssel? Nee, kannst du so abnehmen. Oh, jetzt? Oh, wir sind wachen. Hm. Ich werde dich aufschrauben. Hey, Leo. Get over here. Betty, okay? She's fine. Okay. Oh, shit. Damn. We gotta bust this door open. Okay, on three. One. Two. Wait, wait, wait. We get out of here, babe. We got out of here. We'll be right back.